Ich hatte gestern noch einen Döner, der war scheiße irgendwie. Geiler Sporen. Achso, was? Achso. Chinese oder Sport? 30 Minuten laufen und dann 30 Minuten fressen. Ne, laufen nicht. Laufen mache ich nicht im Gym. Laufen mache ich draußen in den Armen von Mutter Natur. Ja, und dann 30 Minuten fressen. Ne, wir machen immer so ein Stündchen. Ne, wir machen immer so ein Stündchen. Ne, wir machen immer das so. Takinge Geld. Dies ist ,, wenn ihr Wochen personal,abschwärchen... Moosin-Man, kleiner Moosin-Man, selber ganze Zeit Moosin-Man gewesen. So Einer, bist du also? Schön voll fressen, ich bin noch in der Masse-Phase. Ne, im Sommer habe ich so viel abgenommen, neun Kilo, das war zu viel, da waren Wasserfilter auf den Steinen hinter mir, aber ich will jetzt erstmal nicht, weil dann verliere ich ja hier auch immer beim Wechseln das Mac. Zum Schluss kann ich ihn mitnehmen, wenn ich noch lebe. Andu, herzlich willkommen übrigens, freu ich mich. Der blöde Skepferl, was soll hier reinkommen man? Hm. Was ist das? Das war er. Steht er dort oder was ist das? Ich dachte, der ist auf mich zugekommen. Da ist er, da ist er! Schon mehr und Stücke geschossen hier. Ja! Deine Stiften. Beule, grüß dich. Wie der eine wieder abgehauen ist, ich kann mich wegschmeißen. Aber lustig ist es nicht, weil ich schon wieder halb tot bin. Aber ich habe diesmal Flickzeug mit. Ich habe das nicht, weil ich schon wieder halb tot bin. Ich habe das nicht, Leute. Wir sind Spaß. Das ist ein Pfeil. Er schnauft schon auf dem letzten Loch. Ich muss hin, gebrochene Arme. So, zwei noch. Grüß dich Beute, schön, dass du da bist. Scheiße, scheiße, scheiße. Lauf! 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 ...s Herzlichen. Das war's für heute. Ordentlich. Mir fehlt nur noch einer. Ich hab grad einen Besuch. 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 Kaiser. Danke. Amt du, los, Attacke. Das Käff ist tot. Den hat mir einer erschossen von vorn. Würde ich sagen. Ich hab grad einen Besuch. Ich hab grad einen Besuch. Moni, grüß dich. Na, alles klar? Ja. Was treibste? ich bin auf reserve im underground warehouse mir fehlt nur noch eins gell hast du schon ein paar erwischt ja ja neun von zehn also im zweiten raid ja gut aber das ist schon mal was los wenigstens vielleicht hast du gleich lust ne runde spielen oder noch klar äh Ist das über mir oder was? Oh, ist das dumm. Oh, ich denke, hier ist ein Typ bei mir. Es war nur einer, aber ich dachte, der kommt mir durch die Bude gerauscht. Das Magazin leer, Mann. Aber naja, gut. Der wird mein Zeug nicht mitnehmen. Aber die Rivals hätte ich gerne mit raus. Das ist bestimmt was wert, oder? Kann das sein, dass es über dir waren und das... Ja, die Sounds sind echt kacke, Alter. Das kannst du dir nicht vorstellen. Baudel, das kannst du dir nicht vorstellen. Die sind über dir, auch in der Change. Du denkst, die rennen neben dir vorbei. Das ist so idiotisch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.